It's the fucking funeral of my father and you call me every fucking hour. Bis zu spät. Ich weiß, es tut mir lauf. Regel 1. Die Reise beginnt am Brunnen des Marktplatzes von Löchingen und endet, wenn die Teilnehmer am Timmendorfer Strand in die Ostsee pinkeln. Regel 2. Die Reise muss auf dem Mofa gemacht werden. Gibt's die Mofas noch? Boah, ist das geil! Wir müssen nicht jede dämliche Idee machen, die wir als 15-Jährige hatten. Ich liebe dich. Du hast aber Schluss. Doch. Wir besuchen deinen Sohn. Geh aus deinem Kopf weg oder bleib da. Aber mach's, weil du dich dafür entscheidest und nicht weil irgendjemand das von dir erwartet. Du bist nicht glücklich mit deinem Leben. Bist du denn glücklich? Wahnsinn. Waren wir peinlich? Waren wir peinlich?